Video drehen. Bulacan. 2,0G. 1,0G. 1,0G. Plus, 1G. 너는 1,0G. Angeführt natürlich. Kurze Ehrenbetreuung, gewollt, es läuft, Kollege. Ja, die Schwarze, ne? Schön warm, oder? Hier, hier, hier. Da steht friedliche Feuerwehr drauf, das ist ja geil. Schöne Feuerwehr. Achtet auf die Kamera hier, und... Schön warm, oder? Es ist einfach schön warm. Und dich kann nicht strecken, egal ob es warm ist oder wie es ist. Wundervolle Fahrzeuge, B50. Wir werden sie heute noch sehen. Und unser Peter kommt auf den Fuße. Das war einfach Stau, Männer. Das gibt eine grüne Placke hier, Rüppels. Was? Wie kann man nur so schlapp sein? Ja, aber das ist eine schlappe. Das ist einfach. 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 Basis Ende. MTLB. Das war gerade zum Schluss. Kettenfahrzeug MTLB, das Vorsuche. Du bist zu lang, Ketten. Und natürlich unser Prachtstück hier in Haller 1 zu sehen. 135er Silber, auf den werden wir heute noch mal im Einzelnen vorstellen. Aber da kommen noch ein paar. Schön, dass ihr da seid. Super. Und zwar auf Aksa angereist. Ich kann das nicht vorstellen. Aus Russland hier. Blaue. Die Pagab. Was ist eigentlich schon Ostplaster, oder? Die Pagab. 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 Die Pagab.